Hey Leute, Landcrush hier. Heute werden wir uns ein neues Haus kaufen und ein neues Auto und es würde mich echt freuen, ein Liken, ein Abonnen. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind jetzt unterwegs. Wir sind jetzt unterwegs zum Autohaus. So, und ich habe echt fett Cash gemacht und wir müssen jetzt ein Auto kaufen und das Haus haben wir schon gekauft, aber das wird ich später sehen. Und ich habe echt eine kranke Karre. Der Smart ist echt geil. So, oh, da steht schon ein geiles Bond, Bentley Coninental GTC. Den will ich dann nicht kaufen. So, hallo, einen wunderschönen Tag bei Tims Werkstatt. Was kann ich denn für ihn tun? Ich will bitte den Bentley da draußen kaufen. Okay. Wie viel haben Sie zu finanzieren? Äh, ich habe jetzt eine Million auf dem Konto. Okay, dann müssen wir mal auf den Lagen gucken, wie viel der Bentley kostet, falls Sie ihn haben wollen. Ja, ich will den. Sie haben heute Glück. Der Bentley kostet gerade eine Million Euro. Ah, gut. Kann ich den kaufen? Wenn Sie wollen. Ja, okay. Wollen Sie ihn noch Probefahrt, oder? Nee, ich vertraue Ihnen. Und ich würde gerne... Okay, alles. Ich würde echt... Dann empfohlen, ich habe den Schloss. Ja. Ähm, ich würde... Danke. Ich würde noch gerne für morgen vier Reifen noch kaufen. Okay, die werden geliefert. Können Sie Ihre Hausadresse sagen? Ähm... 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 Irgendwas mit Nummer 12. Okay. Dann tun wir mal Bestellung. Liefern Sie einfach morgen die Reifen, okay? Okay. Tschüss. Ciao. Ey, Jungs, der macht echt einen guten Job. Vielleicht kann ich mal den Laden abkaufen und wir machen gutes Geld. So, wir sind jetzt unterwegs zu unserem neuen Haus. Bis gleich. Wir sind jetzt hier unterwegs zu unserem neuen Zuhause. Ich habe richtig Bock. So. Und es würde mich echt freuen, ein Like und ein Abo. Und ja. Und ein Kommentar, wie ihr das Video hält. So. Da ist unser Prachtstück. Boah. Das sieht so geil aus. Ich kann auch gleich eine kleine Roomtour zeigen. So, warte. Wir müssen jetzt unser Haus auf... Äh... Garagentour aufmachen. Äh... Wer ist das? Hallo. Hi. Ich bin's. Katrin. Ich kann tanzen. Okay. Ähm... Können Sie bitte rausgehen? Weil ich kenne Sie nicht mal. Ich gehe nur raus, wenn Sie ein Like und ein Abo da lassen. Ähm... Ja, okay. Lasst schnell ein Like und ein Abo da. Die haben es gemacht. Okay. Ja, okay. Ciao. Adios Amigas. Ja. Äh... Was war das denn für ein Typ? Und ihr habt ihn schon gehört. Lasst bitte ein Like und ein Abo da. So. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen eine Roomtour. Hallo. Ja, ähm... Hallo. Können Sie bitte leise sein? So. Ah, egal. Hier ist die Küche. Hier ist unser schönes... Schöner Wohnzimmer. Hier geht's hoch. Hier ist unser Setup, wo wir die Videos aufnehmen. Hier können wir schlafen. Hier ist unser Badezimmer. Und hier ist unsere geile Terrasse. Können wir mal rausgucken? So. Und das ist jetzt... Oh, was will der schon wieder? Ey, sie heißen ja nicht willkommen, okay? Der Kräger hat aber mir hier. Ja, okay. Ähm... Tun Sie aber bitte nichts anfackeln. So. Hier ist noch unser geiler... Ich füße alles an. Ja, machen Sie. Jetzt geh' ich jetzt mal in den Pool rein furzen. Lecker! Lecker! Ähm... Yummy! So, hier können wir auch noch die Farbe anstellen beim Pool. Ich lass' mal lila. Äh... Hier können wir Fußball spielen. So, hier ist unser... Kleines... Kleines... Ähm... Kleines... Wie heißt das? Schuppen. Unser kleiner Schuppen. Und ja, der Garten ist auch richtig geil. Und ich hoffe, euch hat diese Roomtour und mein neues Haus, mein neues Auto gefallen. Wenn ja, kommentiert auch bitte das Video. Und haut rein, Leute. Euer Lein Crush. Und ich hoffe, euch.